Mein Spaßfreunde, weiter gehts mit Ufex der Wurstiglz. Ja genau, wir haben jetzt wieder ein größeres Raumschiff abgeschossen, because we need cash and have to loot them so we can bauen ein großes Raumschiff um die Aliens zu vernichten. Oh, da wird wieder Golf gespielt. Oh, da muss ich mich vor fliegenden Bällen in Acht nehmen. Balls of Steel. Ah ja, und mal so eine Anmerkung, seitdem ich von Nvidia wieder auf RTI gewechselt bin, also auf eine Radio-Traffikkarte, habe ich hier keine Fehler mehr in dem Spiel. Ich habe keine Fehler mehr, weil ihr wisst ja in den vorherigen Videos, da ist der Mauszeiger immer unkontrolliert hin und her gezuckt beim spielen, dass ich schon fast aufhören wollte mit dem Spiel, aber seitdem ich zu RTI gewechselt bin, läuft es wieder einwandfrei. Geil, oder? Also RTI, da ist halt nicht alles schlecht, also von daher. So, dann machen wir es mal einen schönen Halbkreis. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Nix. Oh, der hat nix in der Hand. Oh, nehmen wir das medkit. So. Ja, ist ja... Oh, oh, da schießt was auch auf uns. Ah, ich sage, ich habe ein von da oben links. Okay. Und der hat ganz viel Schaden gemacht an uns. 71. Das ist nicht sehr fein. Ja, wo ist er denn? Super. 2. So, von hinten. Jetzt kommt die auch noch von hinten. Jawohl. Exterminiert. Habe ich noch Aktionspunkte? Ne, schade. So, dann hauen wir den auch mal weg. Naja, Frau an der Waffe, da klappt das halt nicht immer so, wie man will. Das ist halt immer, naja. Naja, Frauen und Technik, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Oder vielleicht wisst ihr es auch nicht. Oh, euer Glück. Ah, da, da. Die Eule schwer verletzt und trotzdem hat er noch getroffen. Das ist halt ein Kerl. Das ist halt ein Kerl. So, jetzt muss ich... Oh, der ist gerade schwer verletzt. Oh, doch, doch. Jetzt muss ich da zwei versorgen. Kann die bis dahin rennen? Nein. Moment, wen hatte ich da gerade gehabt? Ah, ja, den. Ach, nee, das... Ah. Ja, jetzt habe ich mich nur da zehnmal verklickt. Wen habe ich denn da gerade gehabt? Ah, nehme ich halt den. Ah, fast wie neu, fast. Jetzt muss ich noch... ...den anderen versorgen. Oh, der hat keine Actionpunkte mehr. I am the action. Ach, Quatsch. Ah, jetzt steht da einer. Beziehungsweise da fliegt er. Ah, so geht es, so geht es. So, jetzt aber... Oh, der hat sich schon bewegt. auch. Dann laden wir die restlichen Truppen raus. Autoschuss, Autoschuss. Der hat nichts in der Hand. Wieso hat er nichts in der Hand? Ja genau, ich sollte noch ein paar advanced made kids bauen. So als Erinnerung. Ich vergesse später wahrscheinlich eh wieder. Toll. Toll. Da könnte ich reinhauen. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Was machen die denn? So. Ach, das ist der Granatenwerfer. Na ja, greife ich erstmal den an. Na ja, ich habe auf den anderen gezielt, aber habe den getötet. Na ja, besser als nix. Jawoll. So geht das. Da liegt eine Granate auf dem Boden. Wer hat denn die Granaten fallen lassen? Ach, wann wird das? Jetzt habe ich den erst geheilt. Jetzt wird er schon wieder angeschossen. Oh, da muss ich mal die kritischen Wunden heilen. Habe ich auch gemacht. Hm, der ist auch ein wenig angeschossen. Ah, wir brauchen zuerst Hilfe. Der. Ach, Quatsch. Was mache ich denn da schon wieder? Ach, doch, doch, doch. Stimmt schon. Stimmt schon. Stimmt schon. Oh, passt, ja. Passt, passt. So. Dann noch ein wenig. Ah, der ist ja wieder wie neu. So. Okay, okay, okay Okay, da ist alles in Ordnung, dann wieder Autoschuss und Ducken einstellen. Oh, und da haben wir schon das Raumschiff. So, dann bewege ich mir noch alles, was sich bewegen lässt. Blick Power. Rani Schüntal. Was für ein Name. Danke, du mal da. Ja. So, ich glaube, ich habe alles bewegt. Wie meint das Verklicke hier? Die Frau, die Frau, die drückt sich nur wieder. Ich wollte sie vorschicken, aber ne, die, ja, ich bleibe lieber hinten. Und wackele ein wenig mit meinen Titten. Frauenbonus und so. Schicke ich halt lieber die Kerle vor. Ja. So sind halt die Weiber. Wenn es ernst wird, dann ziehen sie sich zurück. Quasi die Vorhau der FDP. Wenn es ernst wird, dann zieht sich die FDP zurück. Naja, obwohl, die gibt es ja eh bald nimmer. Die gibt es ja eh bald nimmer. Aber. Ab durch die Mitte, oder? Ab durch die Mitte. Wenn da jetzt eh schon ein Loch drin ist, dann kann ich das auch ausnutzen. La 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 la. Auf, auf. Auf, wir haben doch keine Zeit. Okay, der Gegner ist anscheinend etwas schüchtern geworden. Aber kein Wunder, so wie wir ihn schon in den Arsch getreten haben. Ah, da muss zwei Türbüren. Ah, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Und da, dann tun wir den mal da her. Das wir aber irgendwie alle Türen im Überblick haben. Alles, alles, alle Löcher und alles wie oder was. Du gehst erst mal an die Ecke. Du, ihr geht mal da außen lang. Hm. Hm bam 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 bam. Hm hmm. Hm, hmm hmm. Hm, hm hmm hmm. Ah, das ist wieder so ein Schöfig, aber ich duck mich erst mal, bevor der zurückschießt. Hm, hab ich dir den Visier? Keine Ahnung. Oh ja. Jawoll. So geht das, so geht das. So, wo tu ich den noch hin? Hm, dann schicke ich den mal noch mit durch die Mitte. Durch die Mitte. Hm, die Ains, die haben wahrscheinlich irgendwie schon alle Schiss. Hm, okay, da ist ein Loch, da ist ein Loch, dann gehen wir mal Richtung Haupteingang, das ist da in der Mitte. So, du hältst mal die Tür im Auche, nicht, dass da einer rauskommt. Und falls doch, dann schießt ihn einfach mal weg. Oh, da haben wir einen Aufzug nach oben. Sehr schön. Dann stelle ich da gleich mal ein Überfallskommando hin. Ah, noch einen, noch einen. Ah ja, du gehst noch damit her. Oh, und da haben wir wieder so einen Spatzfreund. Moment, Moment, hab ich den im Target? Äh, pfuh. Hm. Nein, kein Autoschuss, oder? Hm. Naja. Nicht genug Actionpunkte. Geht's mit der Granate. Naja. Aber wir haben zwar eh nicht getroffen, aber eine Hidden Unit. Aber der Schaden wurde absorbiert. Naja, dann machen wir mal einen Flankenangriff. Aber das ist ja noch eine Hidden Unit, die will ich mal aufdecken. Hm. Wo ist denn die versteckte Einheit? Naja. Egal, dann, obwohl, ich lass mal den die Aktionspunkte. Dann kann der eventuell zurückschießen, wenn da dann was rauskommt. Oh, und da schießt schon was, da schießt was. Aber ich seh's halt nicht. Ahja, jetzt. Ok. Nicht genug Actionpunkte. Messier mit der Best und die Leid der West? Bitch. Was auch immer. Egal. Darf ich mal mal einen gezielten Schuss machen? Da hatten wir wie immer keine Aktionspunkte. No line of fire. Ja, ja, Katzenklo. Hm. Auf, auf. Nicht so schüchtern. Oho, oho. Der schießt von oben. Von oben. Darf der das? Und da unten schießt auch einer. Da unten. Dürfen die das einfach? Ich weiß ja nicht. Jetzt auch nur von der Seite. Sag mal. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was machen die denn da? Werden die sich oder? Sag mal. Jetzt reicht es aber langsam. Jetzt reicht es mal langsam. So. Du bist tot. Ich töte dich bis du stirbst. Oh Gott. Treff doch. Hallo. Ah, Frau an der Waffe. Frau an der Waffe. Ich sag es immer wieder. Das ist halt nichts. Das ist halt nichts. Ah, der ist schwer vernetzt. Super. Super. Ja, genau zwischen die Beine ist es wieder mal so typisch. So, gucken wir mal da rein. Hallo. Ah, da ist keiner. Oh doch, da. Habe ich es mir doch gedacht. Der ist, ja, ein bisschen schwer verletzt. Medkit ist leer. Aber der hat doch da gerade einen Alien gesehen. Leer. Ja, ist schon gut, Horst. Ist schon gut. Jetzt macht man weg. Auch den sein Medkit ist noch voll. Dann mache ich das mal so. Ich mache mal einen Autoschuss. Sicher ist sicher. So, dann kann ich den in der nächsten Runde heilen. Ach, trete ich da lang. So, dann entern wir mal. Hallo. Tja, jetzt sind sie im Arsch jetzt sind wir in ihrem Schiff und dann, ja mischen wir sie auf was wir halt aufmischen können wird aufgemischt, alles aufmischen alles aufmischen man nennt mich hier dann nicht umsonst Mischmeister B was von hinten jetzt kommen die von hinten na das ist ein Scheiß und tschüss achso, ich muss ja nur die kritischen Wunden heilen ist da noch was in dem Made Kit drin, war da nämlich es mit obwohl ich könnte die Waffe austauschen ist da noch was drin keine Ahnung ist ja jetzt auch egal das ist auch so gut wie neu da ist ein Loch im Schiff ein Loch so der hat sich schon gemoved ah genau jetzt haben wir noch die Leute da oben da drüben ist er auch noch den werden wir mal aufmischen im nächsten Zug obwohl mit dem komme ich ja hin ah ja gute Nacht schlaf schön und so so da klopfen wir an sagen hallo hallo keiner hier ok dann halt nicht da ist die Luft rein genau da können wir noch gucken ah ja und das war's 1,2,3,4,6 verletzte ohne ein Sergeant aber dafür mal Loot eh eh Wifels und ein Haufen UFO zum verkaufen oh ja hm was gibt man den da oh Shooting braucht er unbedingt dingt.